Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen Kultur und Sport verbinden. Können Sie das vielleicht ein bisschen mehr ausführen? Ja, wie der Stadtrat hat gesagt, das ist sehr wichtig für die Stadt Freiburg, diesen Link zu nehmen und auch zu steigen zu der Bevölkerung und die Motta ist wirklich das Ort für die Bevölkerung und das ist nicht nur Sport, aber auch Kultur, auch Sozialart und auch Link zwischen Leuten. Auf was freuen Sie sich am meisten? Für mich persönlich, dass ich die sportlichen Aktivitäten, aber auch von früher kulturellen Aktivitäten und vielleicht auch für Belouard Bollwerk Festival mit Natation synchronisiert. Oh, Oh, Oh! Oh, Oh, Oh!